Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Zorn des Sturms anzunehmen bei Fethyr im Gebiet Sturmheim bei den Koordinaten 4577. Hierbei muss ich 10 Teufelskorn für Ghul töten. Nehme die Quest auch gleich mal an und legt los. Die Quest ist also nicht sehr einspruchsvoll, ziemlich leicht zu machen. Der Map zählt jetzt nicht zu Quest, der ist einfach hier dead, einfach nur für dich hier. Ich habe jetzt 3 von 10. Natürlich bin ich nicht der einzige, der questet. Ich kann nur hoffen, dass sie schnell wieder spawnen. Wie man sieht, sind hier nicht besonders viele. Okay. Okay. So, ich habe schon 5 von 10. Und jetzt 2 Stück mehr gleich. So, 7 von 10. Jetzt fällt mir noch einer, ich schnappe mir auf den hier. 10 Stück abzugeben ist die Quest bei Fethyr im Gebiet Sturmheim bei den Koordinaten 4383. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Der Sturm ist mit mir. Tschüss. Tschüss. Tschüss.